Ich kann mich an eine Situation sehr gut erinnern, die mich sehr bewegt hat. Ein Junge, der in die Schule gekommen ist und am zweiten oder dritten Tag seiner Direktorin direkt einen Brief geschrieben hat, dass er findet, das ist hier nicht so, wie er das möchte. Er hätte gerne mehr Kunst und Sport und hat das da auch alles ausgeführt und hat sozusagen das, was er an Beteiligung und Mitsprache aus dem Kindergarten kannte, gleich in der Schule angewandt und sich dafür seine Rechte eingesetzt. Und das bewegt mich sehr, wenn Kinder einfach so rauskommen und sich einsetzen und damit auch, glaube ich, die Gesellschaft irgendwann verändern.